Du musst wirklich ins Blüten kommen. Meitli, du musst nicht frühen. Meitli, du musst nicht frühen. Meitli, du musst nicht frühen. Oh, du bist ja schon ganz gross, Bau. Was hat Meitli schon wieder gesagt? Es hat ein paar Bäumchen rütteln. Dann wird es gut. Dann versuchen wir es doch mal. Dann laufen wir ja schon fast bis zum Kind. Bäumli, Bäumli, du die Rütteln, du die Schütteln, du bist doch so wein. Bäumli, du die Rütteln, du die Schütteln und wird nur alles nass durch über mich. Oh, da ist ja schon eins. Und noch mal eins. Und noch mal eins. Oh, du musst auch wieder eins. Hier noch das Tücher. Gut, den kann ich ja gerade alle brauchen. Oh, ich muss schnell wieder nach Hause. Es kommt mir noch zu spät. Tschau, Bäumli. Tschau, zwei Tücher. Ich muss jetzt gehen. Zu Hause hat sie natürlich wieder ihre Häschen gedacht. Und hat geschaut, ob sie noch Rüebrühe hat. Oh. Tschau. Tschau.